ARD Text im Auftrag von Funk Yo Leute, ich bin's wieder, Markus von LappenGV. Der Flöse rückt näher. Heroes of the Storm, ich bin mit Needle Down. Den hab ich mir geholt. Zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Möge die Schlacht beginnen. So, machen wir das hier. So. Ich bin ein Tabel des Himmels. Ich spüre nur... Wir haben kein Mana mit dem. Mit dem kann man alles machen. Aber der ist halt sehr schnell zu töten, weil er einfach nur den hat. Das ist halt ziemlich schnell. Ich spüre nur Hass. Es wird euch leid tun, dass ihr mir begegnet seid. Ja, zum Beispiel müssen wir abhauen. Heilt euch. Sofort. Legen wir los. Ja, ich werd mich schon heilen jetzt. Ich werde ihn legen. Ja, auf dem muss man ziemlich passiv spielen. Aber kann er jetzt ziemlich schön. Kann er mir denn drinnen auch. Zum... Ich hab den Bock. Ist das alles... Eine kurze Zeit natürlich. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Lass keinen dieser elenden Stärklichen in ihre Nähe. Wenn das eigentlich nicht mehr braucht. Ich werde ungewöhnlich. Ich werde ungewöhnlich. Woll! Gar nicht schlecht. Die Welt ist zurückgekehrt. Wettbeut. ein helder fein ich werde los ist das alles noch zu scheiß wo sie kommen hahaha so und es ist tot das ist kacke es ist an mir zu handeln kämpft ja ich würde sagen gleich viel zerstört bekämpft eh je je ja ich weiß dass wir den Dillent haben ja so schnell kann es gehen so was nimmer ah ja ich bin alleine tut mir leid das wird keine Zeit los arbeiten wie ich ja gesagt habe ich werde noch einmal alleine sein naja schlecht ich hoffe dass die Folge nicht auskommen das ist mir endlich hier gemeckert das ist mir endlich hier gemeckert ich werde ungeduldig schwer wagt es mich zu berühren aber ja geil hilf mir die drei voll nicht es ist an mir zu handeln ja ja so was passiert zum Beispiel und die rennt jetzt ja durch echt nicht geil das ist ja das bin ich nicht da dann habe ich total vergessen zu erwähnen hier weil die Jägern sind fahrt hier oh und Dina hat die Jütung gerichtet und Bitch ich werde ungeduldig ich hier drinnen und es geht nicht geil alter achso automatisch äh nicht schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen ein Held hat meinen Rat befolgt und ist geflohen ich herrsche über alles euer elendes Leben gehört mir ach ist das alles hast du das gesehen nein und jetzt noch die anderen tja such dir lieber schleunigst einen Heilbrunnen schnell ja ist klar oh diese Waller hey und die hilft mir auch nicht ne dass sie mir hilft oder so nein das geile ist Silvana steht da macht gar nichts echt jetzt ach ach meine Fresse ihr habt genug von der Macht meiner Tempel gestohlen Warn vor Gefahr ja komm mit sie laufen beide es wird euch bleiben mit guter Kampf ihr Vorteil schwindet gewährt ihnen keine Gnade endlich noch ist das alles mit ja sie waren das ne geil was viele heute ein Held ist zurückgekehrt der kackt auch die ganze Zeit ab ich heute nicht zu Glück ist das alles wähle dein nächstes talent eine weise Entscheidung ist zurückgekehrt ich werde ungeduldig ja ihr seid nicht unbegabt das muss ich zugeben ein Held ist zurückgekehrt weg nein ihr habt ein vor verloren geil ja die tempel sind von meiner magie erfüllt das böse rückt lasst keinen dieser elenden sterblichen in schule jetzt kommt er ich werde ungeduldig nicht die kein knapp keine zu 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 Ich hab den noch erwischt, aber ich bin gestoppt. Noobs, ja der die ganze Zeit abkackt. Noobs, warum sollten wir Noobs sein? So dumm. Wer ist der denn? Ich hab den einfach immer abkackt einfach. Ich darf ihn die ganze Zeit abkacken. Fuck it up. Das dann noch ein bisschen. Dann bin ich schön aufgeräumt. So geht das hier. Oh shit. Ich hab meinen Rat befolgt und ist geflogen. Legen wir los. Mit... Wo rennt der jetzt hin hier? So geht das hier. Wie ist das? So geht das hier. Alter, der mich getäubt und tot. Das ist einfach nur ein Level. Das ist eine Scheiße. Ich hätte einfach nur einen Boss, ey. Was ist das? Ich habe mich verletzt. Er fragt es mich zu berühren. Schon bald, wenn sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahle. Ich will euch nicht tauschen. 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 Kaum eine Herausforderung. Dort sterben. Ich will jetzt keinen Kanal. Ich gehe mir bezwungen. Sehr schön. Was haben wir denn? Was ist das? Legen wir los. Gapt, don't copy. Mähle dein nächstes Kalem. Endlich. Endlich. Oh shit. Oh da war noch einer. Geil. Alter warum legt das jetzt so hart? Und plötzlich der mich hat gurgelt. Komm tötchen. Wo die ne Stöcker. Tötchen, 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 tötchen. Aaaaaaah. Alter wie ne aussehen. Aaaaaaah du heilige. Also man denkt manchmal echt, dass manche Leute einfach so gelingt sind. Klar er sagt gut, aber... weiß doch nichts. Die Wand darf mich herausfordern. Töne diesen mächtigern Helden. Was ist das alter? Dieser scheiß Titus manchmal. Der langweilt so hart man. Mit seiner scheiß MG da. Nervt so hart. Und die mache ich eine andere Scheiße. Boah, Alter. Ja, manchmal ist es nicht. Ich scheiße. Ich stehe. Meine Festung ist nichts als Schutt und Asche. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Zeit für meine Rache. Alter. An meine Seite. Spürt die Klinge von Azinat. Ich bin Flitz. Nicht zu kaufen. Einen Moment. Die Dunkelheit hat mir gerade eine SMS geführt. Und ich dachte, es gab jetzt von mir. Die, das kriegen wir da. Und dann kommt der da mit. Oh, das war so. Ich werde ungeduldig. 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 Und mir hat man gesagt, ihr hättet was drauf. Ich werde ungeduldig. Eure Zitadelle wird angegriffen. Legen wir los. Jetzt kriege ich wirklich nur noch auf. Also. WTF, Alter. Alter, Titschus. Gar nicht schlecht. Ja, ich habe auch nicht viel Leben. Oh nein. Bin ich mal bereit hier. Eure Feinde haben eine Festung vernichtet. Ja, doch. Jetzt biegt man euren Arsch. Ich habe nicht mehr rechtes Mhm. Die Gegner. Die Gegner. måste sieen. Deine Mannschaft ne anyway. Ist denn aufία alles möglich. Nein, Scheiß, ich dachte ich mach genug Damage, ok, ich hab verkackt. Oh, die ist gut gewesen. Oh, wir haben verloren. EG Loops, naja. Klar. Hat 18. Ah, ja, klar. Heldschart 9000, ja. EP-Beitrag 8000. Alter, viel. Naja, jetzt machen wir hier mal ne Runde. Wir verlieren das jetzt, dass wir auch nicht hier die Besten nehmen. Muss auch mal sein. Idealanzahl Runde, war gut. Ne Runde, also für mich, ja, das Thema ist nicht so geil. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, kein gutes Match für meine Teammitglieder. Ähm, irgendeinen Lappen, der sagt das ja überhaupt King, weißt du, wisst ihr Bescheid. Sven wird hoffentlich nächstes Mal wieder dabei sein. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber ich denke und ich hoffe. Und ich würde dann sagen, wir sind jetzt nicht immer so eine weitere Folge von Heroes of the Storm. Bellefield. Minecraft. Was aus sich. Und. Dastó. Dann noch. Bis denn und schon. Bis denn und schon. Vielen Dank.